Hey Freunde, damit kommen wir zur Dr. Sloan Woche 9 Herausforderung, Phase 3 von 3. Bringe eine Alienprobe von der Schüssel einer Satellitenstation zu einem Eingang vom Corny Complex. Ich zeige euch kurz, wie diese Aufgabe am schnellsten erledigt. Dazu bewegen wir uns hier zu dieser Satellitenstation, rechts von Dirty Dogs. Dort angekommen, loopen wir erstmal eine Waffe, weil hier einer mitgekommen ist. Okay, er macht nichts. Dann müssen wir hier an der Schüssel, an der Kiste, kurz einmal interagieren. Und jetzt müssen wir zu der Sprungfläche. So, da vorne leuchtet sie, da müssen wir kurz hin. Jetzt markieren wir uns das einmal kurz. Ups, falsche Taste. Einmal kurz markieren, hier nach Corny Complex. So, jetzt springen wir hier einfach rauf. Zack, und fliegen in Richtung Corny Complex. Wir müssen rechts von der roten Scheune landen, beziehungsweise darunter ist der Eingang. Und dort am Eingang steht noch eine Kiste. Zu dieser müssen wir dann. So, landen wir hier kurz. Und wie ihr da vorne seht, leuchtet das da schon blau. Da müssen wir kurz hin. Zack, kurz interagieren. Und damit wäre die Herausforderung auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Ciao.